Jo und damit hi, meine lieben Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es endlich mal wieder ein Need for Speed Video mit dem Lenkrad zusammen. Wir werden heute ein bisschen in der Story weitermachen. Das allererste, was wir heute fahren werden, ist dieses Offroad Sprintrennen. Wir werden natürlich das nicht mit dem Ferrari fahren. Wir werden heute... Wir werden heute wahrscheinlich auch die meisten Rennen, eigentlich sogar alle Rennen, nicht mit dem Ferrari fahren. Ich werde den nur dafür nutzen, um zu den Rennen hinzufahren. Ich gucke auch, dass ich hier vielleicht die eine oder andere Racing Story mache. Allerdings ist hier unten zum Beispiel die hier noch gesperrt. Da werden wir dann auch gucken, ob ich das vielleicht durch das eine oder andere Nachtrennen noch mache. Ich weiß es noch nicht. Werden wir jetzt gleich sehen. Ich würde sagen, ich fange jetzt mal an. Wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Und vergesst natürlich nicht, falls ihr das noch nicht gemacht habt oder neu auf meinem Kanal seid und nichts mehr von mir verpassen wollt, abonniert kostenlos meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Und schaut auch sehr, sehr gerne bei mir auf meinen Social Media Accounts, Instagram und Twitter vorbei. Da halte ich euch immer auf dem neuesten Stand, gerade was Livestreams und Videos betrifft. Und ja, ich würde sagen, ich verlasse jetzt die Garage, mache aber vorher noch die Route. Let's go! So, Leute. Dann ballern wir hier mal ein bisschen los. Ich glaube, ich bin den Ferrari noch nie mit Lenkrad gefahren. Das ist gerade auch mal kurz ein bisschen ungewohnt. Aber es fühlt sich jetzt nicht so an, als ob das irgendwie ein größeres Problem wäre. Ich meine, Driften lasse ich jetzt, glaube ich mal. Aber weil, probieren wir es mal. Ne, das können wir, glaube ich, vergessen. Ich glaube, ich habe den auch 0,0 auf Drift ausgebaut. Das weiß ich jetzt aber schon gar nicht mehr. Ich würde sagen, ich fahre jetzt da hin. Wir sehen uns gleich wieder. Oh, jetzt muss ich Offroad fahren mit dem... Ei, ei, ei. Ja gut, wir fahren jetzt nur ein Offroad-Rennen. Egal. Er kommt ja voran. Äh, okay. Die Kurven sind nicht so ideal mit dem Ferrari-Offroad. Aber egal. Wir sind ja jetzt schon da. Warte mal. Doch, hier. Den da. Ich muss gerade überlegen, hä, wo ist denn mein Offroader? Ich hatte irgendwie im Kopf, dass ich einen mit einer richtigen Federung habe. Aber dem ist nicht so. Machen wir mal ein paar andere Offroad-Wagen frisch, oder? Let's go. Ach du Scheiße, was fährt denn da vor? Ein Mercedes fährt hier mit? Oh Gott, den hat jetzt nur ein Offroader umgebaut. Ach du Scheiße, das sieht ja mal komplett eklig aus. Okay. Da ist ein alter VW. Ich meine, das ist ja komplett gemischt. Hier fährt von hochmodern auf Offroad umgebaut bis hin zu richtigen Offroad-Wagen, die von vornherein Offroader sind. Alles mit, Alter. Das ist ja abnormal. Also ich glaube, das wird eine kleine Aufgabe, hier nach vorne zu kommen. Oh, der drifte aber relativ clean. Na komm. Ich knack den jetzt, let's go. Ich glaube, hier habe ich jetzt so ein bisschen Vorteile, weil der ist bei mir eher nicht hundertprozentig auf Offroad. Wobei, ich weiß das gar nicht. Habe ich den 100% Offroad gebaut? Ich habe keine Ahnung. Aber ich hole auf jeden Fall auf den vor mir gut auf. Das ist ja schon mal ganz gut. Komm schon, Digga. Boah, Junge. Aber daran merkt man, ich bin kein Offroad-Spezielles. Ich meine, gut, Need for Speed ist das auch nochmal ein bisschen was anderes, Offroad zu fahren. Ähm, und auch mit dem Lenkrad. Weil ich meine, gut, zum Beispiel in Forza früher ähm, bin ich natürlich schon Offroad gefahren und so. Aber ich komme an den ums Verrecken nicht ran, das gibt es doch nicht. Ja, super, da ist schon das Ziel. Gut, das müssen wir neu machen. Passieren. Junge, kaum gesagt, bin ich fast halber wieder abgeflogen wegen dem scheiß Mercedes da vorne. Ich muss eh keine Offroad-Karriere, also aus dem Weg, Mann. Digga, wie viel Power hat der? Uff. Boah. Also die Stelle mag ich am allerwenigsten auf der ganzen Strecke. Ach, scheiß drauf. Hi. Yo. Ho, ho. Den habe ich rausgekickt, aber mal vom allerfeinsten. Einmal überholen. Let's go. Oh, Leute. Ich habe es geschafft. Nice. Ähm, dann würde ich jetzt sagen, gehen wir hier hin. So viel übrigens zum Thema. Ich fahre mit dem Ferrari zu den ganzen Sachen. Ich hatte das komplett vergessen, dass wenn wir für ein Rennen das Auto wechseln, dass das dann auch das Auto ist, was du hinterher hast. Warte, was? Das ist nur nachts? Bro. So, Freunde. Ich habe es endlich geschafft, die Mission so anzugehen, wie ich sie brauche. Ich bin erst hingegangen mit einem Nissan. Dann habe ich gerafft, okay, das ist scheiße, das ist ja ein Drift-Rennen. Muss ich nochmal zurück. Jetzt habe ich meinen Nissan, den ich auf... Dann hast du den besten Drifter der Stadt besiegt. Und ich lege sogar noch einen Preis drauf. Oh, was kommt da wohl? Ja gut, das wird jetzt eh eine kleine Herausforderung, weil mit dem Lenkrad ein Drift-Rennen, das ist... Ja, das wird lustig. Ich hoffe, dass ich es hinbekomme. Ich muss nur eigentlich hinkriegen... Ich muss es nur hinkriegen, das Lenkrad und die Pedale richtig zu bedienen. Und das ist gar nicht mal so einfach. Oh, oh, oh. Jawoll. Nice. Ja, Ziel sind 140.000. Das ist nicht so easy mal kurz zu erreichen. Vergiss es. Ich höre doch nicht auf. Wie sehe ich denn aus? Das sind noch nicht die besten Zahlen, aber mehr als mein Bestes kann ich nicht geben. Ja, ich weiß. Ich weiß es auch, aber ich kriege auch nicht mehr aus mir raus, als das bisschen, was ich hier gerade mache. und mit dem Lenkrad ist es nicht so einfach, Mensch. Oh. Der war clean. Der war clean! Boah, Junge, Leute. Das ist hier echt nicht einfach. Was ist denn hier noch anders besonders, als dass ich es mit dem Lenkrad hinkriege, Mensch? Kein Crash. Ist ja jetzt nicht so gut. Junge! Geh nochmal in Drift! Junge, und das soll ein Drifter-Auto sein? Ach, echt? Das habe ich mir jetzt halber gedacht, Mensch. Außerdem, ich kann ja nirgends anders groß driften, außer in den Spitzkern. Komm schon, Baby. Oh, Junge. Ja? Doch, ich glaube, ich kriege das hin. Jetzt haben wir schon mal die 100k geknackt. Das ist ja schon mal ganz gut. Das Lustige bei den Missionen ist ja immer auch... Oh je, da vorne kommen die Cops. Ja, das war klar. Das Lustige ist ja immer... Was wollte ich jetzt überhaupt sagen? Ach, egal. Keine Ahnung. Ja, das ist... Achso, ja, genau. Das Lustige bei diesen Missionen, ja, ich habe ja kein Zeitlimit, um ins Ziel zu kommen. Das ist das Lustige. Oh, Hilfe. Jawohl. Soll ich jetzt nochmal 8k sammeln, dann haben wir es. Let's go. Und... Ne, haben wir noch nicht ganz. Jetzt mit der nächsten Kurve müsste es aber sein. Let's go. Nein. Nein. Ja? Oh mein Gott, ich habe es geschafft. Let's go. So, jetzt eher darauf konzentrieren, die Cops abzuhängen, weil ich habe keinen Bock. Ja, schön für dich. Ich werde mich daran erinnern, die Cops am Arsch zu haben. Ja, und? Heuleise, Chantal. Es war zwischendurch eng, aber du hast es geschafft. Yes. Entkommen. Gott sei Dank. Hä? Ach, da ist der... Ach komm, leck mich doch am Arsch. Es ist keine Schande, mal zu verlieren. Bist du dir da sicher? Ich will's mir nur schönreden, aber im Ernst. Heute habe ich mich im Auto zum ersten Mal so gefühlt wie auf dem Board. Und das nur dank dir. Ich hoffe, wir wiederholen das. Wann immer, du willst. Ich komme drauf zurück. Übrigens, bei Lucas wartet was auf dich. Es wird dir gefallen. Okay. Wart mal. Ist das nicht sogar in der Story mit drin, dass wenn man das Drift-Event, wenn man die Drift-Story zu Ende hat, dass man dann irgendwas bekommt? So, Leute. Jetzt gucken wir uns mal an, was wir hier geschenkt bekommen. Neu Wagen. Für neue Teile. Nur weil wir uns hier oben verstecken, sind wir noch lange nicht aus dem Geschäft. Stimmt. Oh mein Gott. Der Drifter. Ja, wie geil. 3,50 Z-Legend. Ja, nice. Den gucken wir uns direkt mal an, oder? Das ist eine Schönheit, Mensch. Das ist eine Schönheit. Also, wisst ihr Freunde, das kapiere ich so ein bisschen nicht. Warum kann man mit dem Lenkrad nicht zwischen Tag und Nacht wechseln, aber mit dem Controller. So, jetzt gucken wir mal geschwind, was wir hier alles haben in der Nacht. Oder ist das ein Nacht-Event? Ne, ist es nicht. Okay, dann müssen wir vermutlich tatsächlich diese Rennen hier absolvieren. Ohne das kriege ich das wahrscheinlich nicht freigeschaltet. Vermute ich jetzt einfach mal. Dann würde ich sagen, nehmen wir das Rennen hier. Empfohlen 400. Dann können wir das sogar mit Ferrari machen. Let's go. Oh, der Sound vom... von Ferrari ist einfach beautiful. So, da sind wir angekommen. Sprintrennen Entdeckung. Okay, sind wir rückwärts? Hä? Wie kann ich das nicht nehmen? Das ist jetzt komisch. Hä? Okay, ich bin maximal verwirrt. Ähm. Dann probieren wir uns mit dem da unten. So, da sind wir angekommen. Ey, wenn das jetzt auch nicht funktioniert, dann flippe ich aus. Danke. Mein Gott. Let's go, let's go. Links eine Dodge Viper, vorne ein Porsche, ein McLaren. Oh. Ein anderer Ferrari fährt mit. Ja gut. Aber so wie ich die jetzt gerade schon abziehe. Das wird eine leichte Nummer. Hoffe ich. Och. Und noch die Kops am Arsch. Ei, ei, ei. Hey, du hast eine kleine Arschgeige. Ich hab sie gefunden. Vertraue. Hat der mich kein Arschgeige? Ich soll mich auf... Ich sollte mich vielleicht aufs Fahren konzentrieren. Alter. Junge. Spiel. Warum machen die die so behindert, dass die plötzlich abgremsen und so? Das ist ja mal komplett bescheuert. Aber hier dürfte eigentlich nichts anbrennen, wenn ich keine größeren Fahrfehler mache oder die nicht plötzlich irgendwelche behinderten Autos spawnen lassen. Äh. Nein. Oh. Scheiße. Ja gut. Das war jetzt eher nicht so gut. Lass mich vorbei. So. 50% ist durch. Huh. Ja moin. Ach komm. Was bist du nur für eine lahme Ente? Das soll ein 360er-Rennen sein? Niemals. Uff. Dieser Racer hat offenbar nichts dazu gelernt. Ich verbeute hier wieder das selbe Zielfahrzeug wie vorhin. Ja, aber und? Möchtet Rennen fahren? Was dagegen? Und da wartet der Nächste. Ach, leck mich doch am Arsch. Nö, ihr macht es euch extra schwer. Ja, der Nächste, Alter. Nice, nice, nice. Schöne Linie. 500 Meter noch. Let's go. Easy win. So, Nächste Tanke wäre jetzt mal ganz gut. Wobei, ich glaube, da hinter mir war eine. Ach ne, da ist eine. Okay, nennen wir die lieber. Nennen wir die lieber. Das erste Vernünftige, was die heute sagen. Nice. Ähm, habe ich jetzt noch irgendwas außer dem blöden Ausrufezeichen, was ich machen kann? Ich glaube nicht. Und wie ich die anderen Sachen hier freischalten kann? Keine Ahnung. Nachts nicht verfügbar. Ja, das ist mir klar. Warte mal. Ja, tagsüber aber genauso wenig. Also, hä? Ich weiß nicht, wie ich die Sachen freischalte. Naja, gut, Freunde. Ich würde sagen, dann war es das vom heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben auf diesem Video freuen. Und morgen, nee, Quatsch. Doch, morgen komme ich live mit Vanguard hier auf YouTube. Heute Abend wird es leider nichts. Ähm, weil ich möchte ehrlich gesagt Barcelona gegen Bayern schauen. Und, ähm, ja. Deswegen wird heute kein Livestream mehr kommen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Dafür gibt es morgen dann Action. Wir sehen uns beim nächsten Video. Und morgen beim Livestream. Für diejenigen, die reinschauen werden. Und bis dahin würde ich sagen, macht's gut. Halt die Ohren steif. Lasst krachen. Haut rein. Ciao. Out. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017